Wir parken an unserem Müll. Let's fucking go. Dann müssten wir alles aufladen. Ich würde sagen, wir bauen erstmal in die Breite. Denn wir haben nicht so viele Paletten, dass wir in die Höhe bauen können. Im Zufall gehst du einfach mal weg. Okay, wir kramen erstmal die Paletten raus. Oh! Nö! Und Hype und so. Deswegen habe ich gedacht, oh mein Gott! Dass du von da kommst! Geil! Let's fucking go. Rausgekramt. Freddy, geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Du kommst auf den Haufen. Dann wird diese Folge wieder eine kleine Bastelfolge. Aber ich beeile mich, Chat. Geil. Let's go. Sehr schön. Guck mal, wir haben vier Euro-Paletten. Wie können wir denn das am besten damit anstellen? Damit wir den Platz am besten ausnutzen. Also ich würde sagen, die vier Euro-Paletten. Eck, 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 Eck. Damit wir die Kühlschränke an die neuen Euro-Paletten anstülpen können. Damit wir den Platz hier noch ausnutzen können, Chat. Ich glaube, das macht am meisten Sinn gerade. Demzufolge müssen wir auch nicht alles entladen. Tja, was ist denn hier? Was mache ich denn falsch? Oder sind die wieder statisch hier? Oh nein, oder? Na gut, dann müssen wir die Kühlschränke auch erstmal auspacken. Sorry. Gehe. Gehe. Okay. Würde passen. So. Gehe. Na, ein bisschen schief, aber... Oh. Ja. Take ich. So, guck mal. So war meine Idee eigentlich. Dass ich den hier so hinmache. Damit wir hier noch Platz haben. Wisst ihr? All white. Grün. Braun. Irgendwas. Runter vom Friedhof. Lass die Toten ruhen. Ne, ne. Die sind schon weg. Hä? Die sind nicht weg. Die kommen mit. Ey, in China oder Japan oder irgendwo so, da sind sie Bestandteil des Lebens. Also, da könntest du mit der verstorbenen Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma tanzen. Und wir haben den zweiten Kühlschrank. Einfach so. Das ging schnell, oder? Nehmen wir dich. Was ist denn mit dir, ey? Äh, Günther. Geht's dir gut? Was ist denn mit Günther los? Och, Günther. Wir entleeren dich. Vielen Dank. Ja, ja. Das sieht gut aus. Boah, let's fucking go, man. So. Boah, let's fucking go. Guck mal. Viele Meter habe ich noch nicht gesehen. Heißt ja nicht ohne Grund, Slong Drive. Das Slong steht nicht für mein Schlong. Sondern da steht halt, dass man auch mal eine Session looten muss. Weißt du? Vielleicht steht Long für beides. True. Müsste ich mal gucken. Onlyfans kommt bald. Haha. Ah. Let's fucking go. Okay. In Slong Drive wird Alkohol als Heal bezeichnet. Also, ich glaube, das ist eine diepe Nachricht vom Entwickler, dass man mehr Alkohol trinken sollte. Bin dann wirklich nicht sehr sicher, ob das stimmt. Ach so. So, was ist jetzt die Strat? Wir sollten vielleicht erst die Särge hinmachen, die beladen und dann den Müll obendrauf machen. Oder? Ich glaube, das macht Sinn. Diese Särge hat vier Stunden beim selben Hausgeb... Nein, sechs Stunden. Guck mal, das ist wie eine Basti GHG Challenge. Da wartet man auch 30 Stunden auf den Gold Apple. Vielleicht bin ich ja auch Basti GHG auf Quack. Aber ich glaube, es hat noch nie jemand Slong Drive so durchgespielt. Clean. So, dann. Einmal Sarg. Ey, das wird heute noch fertig, sage ich. Guck mal, wie schnell wir eigentlich sind. Hä? Kann das sein, dass wir irgendwie die Dinger hier verloren haben? Die Särge? Er hat noch viel... Ach, guck mal da. Wie es in der letzten Folge aussah, hat der Hase doch ein bisschen mehr gebummst als erwartet. Der hat wirklich ziemlich weit die Särge weg katapultiert. Ich habe das gar nicht gerafft, dass das die Särge sind. Let's go! Ne, ist aber geil, oder? Alles, was zittert, ist nicht connected und verlierst du während der Fahrt. So soll es sein. Ja, voll in den Schlitz rein und so passt alles. Ich habe viel Spaß gerade. Yo! LP Join! Ey, vielen Dank für deinen Wait! What's popping? What the hell? Kommt ihr auch von einer langen Fahrt, oder? Wart ihr... Wart ihr ganz woanders da? 7-hour-long-drive. Ey, siehst du Crack? Und Typer? Was wollt ihr denn... Was sagt ihr denn zu mir, dass... Vier Stunden zu viel sind? Da ist ein fucking Crinder im Chat. Hä? Einmal kann man nie genug haben. So, ich möchte noch ein Reifenlager bauen, dann... Woppa! So, wir machen das hier mal. Jau! Nicht draufdrücken, nicht draufdrücken! Tu, Menschenhandel ist endlich wieder zurück. Menschenhandel? Oh, Mann. Also, wenn dann eher Bothandel, oder? Ja. Die Armen haben auch Gefühle, die armen KIs. Die sollen dann gefälligst irgendwann die Menschen unterjochen, also bitte. Zu! Zu! Okay. Alles gut bei dir? Ey, aber wir haben schön gestern noch gegen die KI gekämpft. Ich habe ziemlich oft überlebt. Wir haben noch gute Chancen gegen die KI noch. Ey, Mann, hab dich nicht so... Ich weiß, dass du Höhenangst hast, aber das ist gar nicht so hoch, weißt du. Aber schöne Füße hat er. Also, die Items bewegen sich komischerweise. Ich weiß gar nicht, warum. Okay, wir können die schließen. Schatz, seht ihr das? Wir machen uns bereit, um aufzubrechen. Geil. Wir machen mal vielleicht so, oder? Boah, wie chillig. Ah! Boah, let's go! Da ein bisschen höher. So vielleicht? Klar. Oh. Ähm. Also, Leute. Ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube, vielleicht haben wir Glück und das ist hier irgendwo. Dann nehmen wir dich einfach... Ich trinke erst mal was. Hm. Das ist jetzt gerade nicht so optimal. Ja, das könnte vielleicht mal passieren. Klar. Wollen wir jetzt einfach losfahren? Ich glaube, wir haben genug, oder? Ich glaube, also... Ich glaube... Ha, ha, ha. Vorgas. Warte, warte. Alle guten Dinger sind vier. Boah, das ist ein guter Start. Scheiße, leckt das. Na gut. Es funktioniert! Yo! Na gut, wir brauchen erst mal Sprit. Ja, aber Shad, guck mal. Das ist geil, oder? Wir müssen halt ein bisschen ran auszoomen, dass es nicht so leckt. Wahnsinn, die ersten Meter nach vier Stunden Watchtime. Geil! Na hier weißt du, was dich erwartet. Ah, guck mal hier. Gas und Öl. Das ist doch schon mal optimal, oder? Damit kann man doch arbeiten. Dann nehmen wir dich erst mal. Okay. Sollte passen. Ist das jetzt Glücksspiel, wann das irgendwie so macht? Mann, ich will doch einfach nur Auto fahren. Fahr, 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 fahr. Alles gut, alles gut. Kommen wir durch, eigentlich? Oh, hier ist was. Guck mal. So. Let's go. Ich glaube, wir müssen uns trennen von unnützten Sachen. Und das Game stürzt ab. Let's go. Guck mal. Ist doch auch gar nicht so laggy, oder? Mal gucken, ob wir durchpassen. Haha. Wünscht mir mal Glück, dass wir durchpassen jetzt. Okay. Scheiße, wir klemmen fest. Oh, Helga. Komm, 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 komm. Let's go. Wir haben es. Oh mein Gott. Wie hilarious. Wisst ihr zufällig, wo die Straße ist? Oh, die ist in dem Ort. Okay. Nein. Was ist denn das? Warum macht ihr das? Boah, guck mal. Let's go. Da ist die Straße. Oh, vorsichtig. Spoiler. Die Straße ist manchmal ein wenig verbuggt. Manchmal wird die Straße zu Treibsand. Wir schlafen mal. Geh mal schlafen, während du fährst. Mach ich doch schon. Warum fährt er eigentlich mit Vollkarauch weiter? Ja, ein bisschen Schlagseite. Aber das müssen wir noch ein bisschen ausgleichen dann später. Ich hoffe, sie hat dich gejumpt. Nein, nein, bitte nicht. Ich habe mich gepaart mit der Hasenkönigin. Und wir haben jetzt ein enges Verhältnis. Demzufolge lassen die Hasen mich gerade in Ruhe. Oh, weißt du. Wir müssen doch vielleicht mal eine Schräge fahren. Hier ist es halt ein bisschen gefährlicher. Aber wir müssen das gerade machen. Weil wir sind zu schwer, leider. Was ist denn da eigentlich? Ist das nur verbuggt? Oder fängt da ein neues Territorium an? Sehr schön, sehr schön. Hier geht es runter. Hier können wir uns treiben lassen. Ich muss gerade so viel Strecke machen wie möglich. bis zum Haus da. Weil wir brauchen den Sprit dann. Ich will nicht mitten auf der Straße alles umräumen. Oh mein Gott, das ist ein Riesenhaus, oder? Na gut. Mal gucken, ob wir mit einem Liter Gas da hinkommen. Bisschen zickzack fahren. Wieder gute alte Abastik. Alter, wo fahren wir denn hoch? Fucking Mount Everest. Da komme ich doch niemals hoch, Mann. Ich habe ja jetzt schon zu beißen. Mann. Aber no joke, Chat. Hättet ihr gesagt, hättet ihr gedacht, dass wir noch ankommen würden? Also, dass wir noch losfahren? Was soll's? Yo! Das ist ein Big Big Haus. Da wisst ihr, was das bedeutet, oder? Ich will nur die Europaletten sneaken. Wie ApoRed. Und er wohnt in Europaletten wahrscheinlich gerade. Ähm... Was machen wir? Ähm... Wow! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kommen wir da noch hoch? Wir holen mal Schwung. Wir machen mal ein bisschen Physik-Action. Das ist ein Fa... Das ist... Was? Das Haus ist noch mal auf dem Berg. So, wenn wir jetzt uns nicht bewegen, sollten wir hochkommen, wenn die Physik gut ist. Na top, die Physik ist gar nicht gut. So, guck mal. Wieder Schlängelauf. Ey, da kommen wir doch niemals hoch. So, wir könnten vielleicht noch mal Physik spielen lassen. So, nämlich. Und dann gehen wir mal da hoch, auf der Straße. Oh, guck mal. Ihr... Ihr lernt sogar was, oder? Du hast 500 Tonnen auf dem Arsch. So. Und dann müssen wir noch mal Schlängelauf machen. Nach rechts. Und dann müssten wir es haben. Boah. Auch mal die IQ-Punkte einsetzen, die man so hat, wa? Naja, klar. Was bin ich denn hier sehen? Wie wohnt der denn? Das ist ganz komisch gerade gerendert, oder? Oder ist das normal? Let's fucking go. Sehr schön. Haben wir doch schon Meter geschrubbt, oder? So. Woppa. Aber hier. Roto hätte es so fett überschlagen, hätten es guten Füß... Was? True. Würde ich schon sagen. Aber hat's ja nicht, oder? Achso, hier ist ja jemand. Nein, das ist nicht dein Place. Na gut. So, gibt's hier Europaletten? Oh mein Gott, das ist sehr wichtig. Ich tue immer nicht raffen, dass das hier Särge sind. So hin. Hätte ich eigentlich mehr erwartet. Was ist das? Wasser? Geil. Tag mir. Was bist du? Öl. Europaletten, bitte. Hier gab's doch auch Europaletten, oder nicht? Das ist das Wichtigste jetzt gerade. Oh, Kühlschrank. Ne, das ist das Zweitwichtigste. Bist du... Bist du gefüllt? Na ja, klar. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Ach, fick dich. Ähm. Darf man die mitnehmen? Ja, fick dich. Ja, f... Ey, ey, fick du dich. Okay. Heiß drauf. Später. Woppa. So, was haben wir hier? Na okay, hier ist noch ein Kühlschrank. Dann ist das akzeptabel. Den Verlust eines anderen Kühlschrankes. Sehr gut. Und wir nehmen dich mit. Na ja, klar. Boah, ey, was für ein Koloss. So, Kühlschrank hier. Ganz hoch. Euro Paletti. Jo, noch ein Besen. Das ist gut. Geil. So, was bist du? Das ist ja ein Riesending. Okay. Ansonsten Gas. Let's go. Wir können weiter mit Gas fahren eigentlich. All right. Euch mal alle hier hin. Dann kommst du noch mit. Nice. Noch ein Korb. Ne, ist ein bisschen zu enttäuschend, dass wir halt wirklich keine Euro Paletten haben. Trauig, aber ist halt so. Man kann halt nicht alles haben im Leben. Okay. So. Komm, wir überlegen mal. Brauchen wir wirklich so? Wollen wir vielleicht mal... Ich habe mir überlegt. Guck mal, das ist hier beschmuddelt. Wollen wir vielleicht wirklich erstmal den Müll nicht mitnehmen. Dann sollte es vielleicht auch nicht mehr so arg am Zittern sein. Ich glaube, das ist eine Strat gerade. Dann lasst mich nochmal das Final umbauen. Also halt... Scheiße. Scheiße. Ja, was ist denn mit dir? Oh, warte, was? Stopp. Bam, Junge. Na, ich kann mich auch wehren, wenn ich will. Was ist das? Oh, was machst du denn? Warum fliegst du denn schon wieder? Warte mal. Und du bist weg. Boah, let's go! Sehr gut, oder? So, das ist alles top, oder? Hier ist nichts verbuggt. Sehr guter Start. So, warte mal. Wie könnte denn die Strat jetzt lauten? Wir müssen mal gucken, wie viele Paletten wir haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn und die fünfzehn. Okay, hab ich mich jetzt verzählt. Dann tun wir das erstmal rauflegen. So. Das sieht doch gut aus, oder? Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Okay. Dann machen wir das quer. Wir müssen den Schrott jetzt hier lassen, weißt du? Ich habe beschlossen, den ganzen Schrott hier zu lassen. Nur das Wichtigste mitzunehmen. Let's go, okay. So, was ist die Strat jetzt? Neun, zehn. Wir haben genau zehn Stück. Wir könnten, ha, noch einmal in die Breite bauen, aber dann haben wir keine Wände. Ist das schlecht? Wir wollen ja nicht so viel mitnehmen. Das bedeutet, warte mal, wenn wir das so hier machen, müssen wir mal testen. Wenn wir das so machen. Eins, zwei, es wären drei. Drei, sechs und dann hätten wir noch vier für eine Wand. Das ist besser, oder? Testen einfach mal. So, andere Seite. Dann haben wir schon mal Grundstruktur. Dann müssen wir mal safen. Okay, let's go. Tja, was ist besser? In der Mitte oder zack, zack? Ich glaube, zack, zack ist besser, oder? Ja. Dann wird es doch ein Panzer. Boah, let's go. Einmal so. Boah. Holy shit, oder? Noch ein paar mehr Euro-Paletten und das wird dann wirklich hier zum Transporter. Oder zum kleinen Bus. Geh. Boah, let's go. Wir safen sowas von. Dann Kühlschränke. Holy shit. Äh, wir nehmen erstmal einen anderen. Woppa. Sehr gut. So, oder? Okay. Dann, 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 dann. Ich wollte eigentlich hier noch einen Zweigenkühlschrank platzieren. Aber dann haben wir ja so eine freie Fläche. Machen wir mal. Warum bist du so? Alter, was ist denn jetzt? Nee, akzeptiere ich nicht. Was ist hier eigentlich los? Das backt vielleicht so rum. Kann das sein? Das ist auch so verbuggt. Ich hab so ein Puppe. Geh. Oder? Let's go. Wir safen. Geh. Boah, let's go. Nee, das safe ich. Das ist mir jetzt ein bisschen heilig. Let's go. Oder macht eine Mauer Sinn? Warte mal, wie viele Kühlschränke haben wir denn eigentlich? Fünf. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Sind keine fünf. Sollen wir mal was testen? Ob wir schon eine zweite Etage bauen können? Eine Nachricht ohne Nachricht. Check ich. Du musst das näher definieren. So, zaghaft, zaghaft. So. Meine Fresse, kann ja mal aufhören zu husten. Guck mal, wenn wir das dann wieder hier rantun. Lass hier attachen. Und dann. Boah, das sollte funktionieren. Oh, shit. Fällt es nicht runter? Nee, die Europaletten, die sind wie Klebstoff. Die tun alles attachen, weißt du. So, geh. Boah. Das funktioniert. Und oben drauf können wir noch Kühlschrank bauen. Oh, der Komische ist wieder da. Spaß, Spaß. Guck mal, guck mal. Ja, wir schlafen mal. Dann müssen wir nur noch mehr Europaletten finden. Ne? Also, checkt ihr? Das ist doch geil, oder? Komm her, komm her. So, oder? Nein, falsch rum. Wop. Scheiße. Geh. Let's go. Guck mal, dann könnten wir hier vielleicht dann nochmal schließen, wenn wir das hier weiterbauen. Dann einmal so. So, wie habe ich das hier gemacht? Einmal auf Eck und Eck. Dann machen wir das hier auch auf Eck, Eck. Schön. Wir safen. Wollen wir die Säge mitnehmen, oder nicht? Die haben irgendwie keine Daseinsberechtigung mehr, oder? Weiter geht's. Kleiner. Wubidup. Siu, siu, siu. Da ist noch was? Okay, hä? So. Ja. Du kommst hier hoch. So, wir sagen, beim Glänzenden kommt das Essen und das Trinken rein. Gas. Jau, das ist gut. Sehr schön. Geht's helfen? Was ist hier? Noch mehr Diesel. Let's fucking go. 150 Liter. Holy shit. Aber wir nehmen uns die Zeit, weil wir fucking zu lang treibt, zack. Geil. Sehr schön. Hast du es jetzt? Dann kommst du schon mal mit? Nein! Ach, hellgeiner. Wir hätten vielleicht logisch denken sollen. Hä, er summt. Let's go. Oh, der war so eine friedfertige Person, aber wieso greift er mich doch an? Er singt einfach, Mann. Er kann doch nur liebenswert sein, oder? Diesel schon mal. Okay. So, Rainer. Boah, das geht schnell. Dann nehmen wir einmal den hier mit. Für das und hier. Einmal so. Und du warst leer. So. Ihr seid fest. Alter, warum? Ich verstehe es nicht. Sei fest. Sei fest. Okay. Ist fest. Na gut. Jede Farbe kommt natürlich auch mit. Okay. So, dann nehmen wir hier. Geil. Ah, hier ist noch was. Orange sogar. Nein, wir sind full. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Dann machen wir dich hier hin. Machen wir dich hier hin. Boah, wir sind einfach full. Check dir das. Aber auch, wenn ich normal existiere, habe ich immer so eine Grunddrogenheit in mir. Aber das schätze ich an mir. Ich liebe mich. Man sollte sich immer lieben im Leben. So. Liebst du mich auch, Crack? Soll ich eine Story erzählen? Ne, ich hau rein. Ah, ha, ha. Ah, ha. Findest du eigentlich mich witzig, Crack? Na, na. Ach so. Crack, was, 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 was? Ah, nein. Ah. Heatbox. Pff, 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 pff. Wie findet ihr? Ich könnte auch Hardcore-Schlager produzieren eigentlich. What the hell? Was ist denn jetzt, äh? G-Con Games mit den 45er-Wade. Holy shit. Hallöchen. Jo, jo, jo. Hä? Wie, wie, wie komme ich denn? Was ist das denn für eine Ehre? Holy shit. Viel Spaß beim Einräumen, Superhater. Ey, ich bin gleich fertig. Ja, aber danke nochmal für den Wade. Ich muss mal kurz, äh, klarkommen. Was wollte ich denn jetzt? Wir könnten ja unsere Puppe mal mitnehmen. So, nehmen wir das Ärmchen mal mit. Können wir eigentlich beim Essen lagern. Leider Gottes können wir keine Hände essen. Äh, so. So, die ganzen Reifen lassen wir hier. Die Stühle lassen wir auch hier. Die Särge lassen wir genauso hier. Denn wir gehen dann später auf Jagd. Was für einen Motor soll ich denn jetzt einbauen? Damit wir mit Diesel fahren können. Ich verstehe es nicht. Woher sieht man das? Ist das ein Dieselmotor? Soll man das irgendwie riechen? Soll man... Ich bin leider kein Mechaniker. Ich weiß sowas nicht. Upsi. Warte, das ist mir gerade wichtig, dass die Füße richtig stehen. Ich bin leider auch ein Perfektionist. So, Schatz. Wollen wir los? Seid ihr hyped? Ah. Wollen. Mann, dann sag mir doch einfach welche. Und sag mir einfach nicht, wie die heißen. Ich weiß doch selber nicht. Broda ist nur eine braun-silber. Ist das das? Das ist braun. Okay, dann probieren wir das. Kram, kram, kram. Ich mag auch Popcorn. Boah, let's go. Yippie. Sehr schön. Skr-skr. Ich habe mich wirklich angestrengt, Herr Gigan. Das Überzeugung drunter zu brechen. Was ist denn hier scheiße, Mann? Ich habe doch alles... Tutti Frutti gebaut. Ach, Mann. Shit, wir sortieren jetzt nichts mehr. Ich fahre jetzt los. Mir alles zu bunt hier. Wir kriegen andere Sachen noch. Ich glaube, es funktioniert. Let's pooping. Habt ihr es gesehen? Let's go. Boah, was haben wir jetzt vergessen? Glaube ich erst, wenn du auf der Straße bist. Ja, es ist jetzt eigentlich nicht so viel, was wir hätten mitnehmen müssen. Zur Zeit. Boah. Hä, wir schrubben jetzt Meter. Das könnt ihr gar nicht glauben, oder? Ja, bitte nicht. Bitte nicht zersprengen. Bitte nicht explodieren. Danke. Let's go. Leute, ihr seht jetzt Content einfach bei mir. Fühlt sich irgendwie so falsch an, wenn man das Game richtig spielt. Boah. Gikon, glaubst du mir jetzt? Also, wir sind auf der Straße, you know? Also. Ich applaudiere. Danke, danke, danke. Yo. Lass uns weiter looten gehen. Boah, boah, ui, uah. Mann, ich will doch nur in der Euro-Palette. Okay. Nee, haben wir schon. Ist trash. Yo, das ist geil. Oh mein Gott, ich komme. Oh mein Gott, bin ich feucht. Alkohol. Darauf erstmal ein Sub. Wir haben kein Wasser mehr. Ich hätte das nicht machen sollen. Wieso, wo haben wir denn das ganze Wasser hingemacht? Haben wir irgendwas übersehen? Wie lange überleben wir ohne Wasser? Achso, wir können die Kakteen irgendwie suppen. Der Wagen qualmt ein wenig. Das fühlt sich alles so falsch an. Es ist wieder leer. Ja, aber warum? Holy shit. Bin ich am vapen? Ich habe gehört, wenn es klackt, ist der Motor zu heiß gelaufen, oder? Jetzt läuft wieder alles. What the hell? Oder war der überlastet, weil wir gerade nach hoch fahren? Ich verstehe sowas nicht. So, wie weit müssen wir Mount Everest noch erklimmen, bis wir fertig sind? Da geht es noch weiter. Würdet ihr sagen, dass wir vielleicht bald explodieren? Let's go. Oh, wie hoch geht denn das noch? Wir müssen mal kurz eine Pause machen. Dann müssen wir kurz gleich auch mal wieder eine Pause einlegen. Ey, hinterm Berg, da gibt es garantiert Loot und dann holen wir uns einen besseren Kühler. Wisst ihr? So, ich sehe rein. Yo, was ist das da? Yo, was ist das denn? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Warte mal. Achso, das ist eine Toilette. Lol. Sehr gut. Jetzt läuft es doch, oder? Lassen wir rollen, denn da müssen wir keinen Sprit verbrauchen. So, ich habe dann aber auch ein bisschen Wasser für mich noch übrig. Naja, wie gesagt, mehr Selfen als zu spielen. So, als erstes mache ich Bunnyhop da hoch. Ich werde jetzt wissen, was da oben ist. Wop, 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 wop. So, auf dem Dach ist schon mal nichts, oder? Also hinterfragt mal bitte nicht, warum man mit einem Teleskop hier fliegen kann. Das soll so. Nice, let's, let's flow. Als ob. Hier gibt es einfach nichts. Lol. Na gut, dann eben nicht. So, guck mal. Five-Fat-Play vom guten alten Föhn-Name. Wir machen dich hier hin, machen dich auf. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Guck mal. Wie ein fucking Macher, oder? Geht das? Yo, das funktioniert. Öl und Wasser, nein, stopp. Stopp. Ich müsste vielleicht erst mal ausschütten. Gibt es hier noch ein Stress, wie wir das hier am besserer machen können? Kriegen nicht alles rein. Aber wir können das auch nicht irgendwie hochtragen, weil es zu schwer wird. Deswegen war das eigentlich mein Überlegen, aber irgendwie macht das keinen Sinn. So. Sehr gut, sehr gut. Ich höre, wie geht es euch? Seid ihr hart am Poppen? Also, was ist Popping? Jojo hat gerade vor dem Alter gepoppt. Also, ich bevorzuge dann doch eher Junge. Also, in meinem Alter Jung. Aber, ey, Quack, wenn du auf Ältere stehst, dann gerne, gerne. Komm, 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 komm. Und, woppa. Sehr schön. Go, go. So. Wir gehen wieder auf die Straße, Mann. Auf die nächsten 45 Sekunden ohne Loot. Kram, Kram, Kram. Tju. Es kann wirklich sein. So. Was ist das denn? Seht ihr das? Das ist geheim. Ich kann nicht ranzoomen. Dann fahren wir wieder auf die Straße. Bitte sei nicht verbuggt. Ah. Boah, saved. Was würdet ihr sagen? Was würde denn eher eintreffen? Dass ich, ähm, zu viel Gigabyte, äh, belegt habe und wir nicht mehr speichern können? Oder, dass wir die 5000 Kilometer erreicht haben? Was würdet ihr sagen? Was würde eher eintreffen? Jo. Leute, wir können endlich mal wieder looten, ne? Habt ihr das vermisst? Pogas, oder? Das ist ja, das ist ja lollig. Ey, ich schau doch, ich schau nur wegen die Europaletten. Wirklich. Die Zeiten sind vorbei, in denen ich alles loote, wisst ihr. Ich bin lieb. Boah, guck mal. Wir sind 162 Kilometer gefahren. Das ist kriminell. Das ist wirklich amazing. Und ich würde sagen, man sieht sich dann bei einem weiteren Long Drive Station. Und offiziell am Freitag drei Tage durch Stream. Yeah. Okay, dann haut rein und bis Deine.